Und ich sage herzlich willkommen heute zur Stunde Feel Good mit einem Klick mit der Magdalena Trost von Styria Vitalis. Herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid. Ich rede gar nichts mehr, weil ich habe so viel schon gequatscht davor und übergebe das Wort an die Magdalena. Und danke Magdalena, dass du zugesagt hast für die heutige Stunde und wir sind uns sehr gespannt auf dich und dein Thema. Danke sehr, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da sein darf, dass so viele da sind, die sich für viel okay interessieren. Danke für die ganzen Infos. Jetzt muss ich mal kurz sammeln, damit ich weiß, was ich sage. Also hallo und herzlich willkommen auch von mir. Ich bin die Magdalena, ich arbeite eben bei Styria Vitalis. Ich weiß nicht, wie viele Leute jetzt Styria Vitalis kennen, aber das ist eben ein Gesundheitsförderungsverein in Graz. Wir versuchen eben Gesundheit in die verschiedenen Lebensbereiche der Menschen ein bisschen zu integrieren. Es gibt eben verschiedene Bereiche. Ich arbeite in den Bereichen Zahngesundheit. Also meine Kolleginnen sind da immer wahrscheinlich die bekanntesten Mitarbeiterinnen von Styria Vitalis. Das sind nämlich die Zahngesundheitserzieherinnen oder Zahnputztanten oder Zahnputzfeen, wie sie genannt werden, die in den Einrichtungen unterwegs sind und mit den Kindern Zahngesundheitsunterricht machen. Dann bin ich noch im Naturkücheteam. Da ist zum Beispiel Kluge Haus in den Schulen bekannt. Und eben bei viel okay. Darum geht es auch heute. Das ist eben eine Internet-Website für Jugendliche. Was erwartet euch heute bei mir? Also ich will euch eben kurz, also wir werden die Website anschauen. Wir werden also die Website aufrufen und ich will euch ein bisschen durchführen. Ich werde jetzt nicht alles ganz genau durchbesprechen. Also falls Fragen sind, will ich bitte einen Chat stellen oder mich direkt fragen. Aber ich finde einfach, das ist viel selbsterklärend und man kann es sich ja auch selbst anschauen. Aber ich werde auch noch dazu ein paar Hintergrundinfos geben. Also woher kommt viel okay eigentlich? Was soll ich jetzt wecken? Und eben, wie die Dagmar schon gesagt hat, ich hätte auch ein Quiz auf Mentimeter erstellt, um ein bisschen interaktiv zu sein, damit ihr nicht nur zuhören müsst. Deswegen wäre es super, wenn ihr einfach die Website viel okay.at aufrufen könntet und mentimeter.com, damit ihr einfach dann bereit seid, wenn wir es brauchen. So, ich gebe schon im Vorfeld irgendwelche Fragen, weil sonst starte ich dann gleich. Ich warte noch kurz, bis alle die Seiten aufgerufen haben, damit da kein Stress ist. Ja, sagst du nochmal an. Das ist syria-vitalis. Viel okay, also viel-ok.at. Okay. Und mentimeter.com. So, dann starte ich jetzt kurz mit einer Powerpoint. Ich hoffe, es sehen es alle. Falls jemand es nicht sieht, die Powerpoint ist schon gestartet. Und ich würde jetzt auch starten. Viel okay, wie gesagt, ist eben eine Internet-Website für Jugendliche von 12 bis 19 Jahren. Aber auch eben für Multiplikatorinnen und Lehrpersonen, Eltern oder Erziehungsberechtigte. Also für alle, die mit Jugendlichen leben oder arbeiten. Wie ihr seht, da stehen viele Multis. Also viel-ok ist auch ein multithematisches, multidimensionales, multi-institutionelles und wissenschaftliches Interventionsprogramm. Multithematisch eben, weil wir 19 Themen anbieten, die durchgeschaut werden können. Multidimensional, weil wir neben Texten auch Tests, Videos, Spiele, Quizzes anbieten, um die Themen eben für alle irgendwie attraktiver zu machen. Multi-institutionell, weil viel-ok einfach ein Netzwerk ist aus Partnerorganisationen aus der Schweiz, aus Deutschland und aus Österreich, die eben zur inhaltlichen Weiterentwicklung und Verbreitung von viel-ok beitragen. Und wissenschaftlich, weil die Texte, die wir viel-ok bereitstellen, von unseren Partnerorganisationen erstellt worden sind, verfasst worden sind, die Experten in diesem Bereich sind. Also nichts Dure Vitalis verfasst alle Texte, sondern eben zum Beispiel die Web-Profi. Der Web-Profi-Bereich ist zum Beispiel von Logo bereitgestellt worden. Viel-ok basiert eben auf dem trans-theoretischen Modell. Das bedeutet, wir wollen Jugendliche dort abholen, wo sie sich befinden. Es bringt eben nichts, wenn ein Jugendlicher angibt, dass er viel Alkohol trinkt, dass er schon Probleme mit Alkohol hat, dass wir ihm den Artikel keine Lust auf Alkohol verweisen, sondern eben, sie können einen Test vorher machen und dann werden ihnen die geeigneten Artikel zugewiesen, die für ihren Zustand sozusagen momentan passend werden. Was ist das Ziel von viel-ok? Wir wollen eben die Gesundheits- und Lebenskompetenz von Jugendlichen fördern. Es ist erwiesen, dass die Gesundheits- und Lebenskompetenz, also die Gesundheitskompetenz vor allem, ein wesentlicher Einflussfaktor auf einen guten Lebensverlauf ist. Also gesundheitskompetente Menschen treffen einfach gesundheitsförderliche Alltagsentscheidungen. Das heißt, sie bewegen sich mehr, sie nehmen präventive Angebote häufiger in Anspruch, haben weniger Akutbehandlungen, sie können ihre Situation besser kommunizieren und sie verstehen einfach medizinische, therapeutische oder pflegerische Hinweise oder Empfehlungen besser als weniger gesundheitskompetente Personen. Die Gesundheitskompetenz, von der ich die ganze Zeit drehe, ist halt einfach Gesundheitswissen, also was wir im ganzen Leben immer von Gesundheit hören, sammeln zu können, hinterfragen zu können und dann in die eigene Lebenswelt umsetzen zu können. Die Gesundheitskompetenz ist eben auch eines der österreichischen Gesundheitsziele, nämlich die Nummer drei. Das ist eben die Gesundheitskompetenz der Bevölkerung fördern. Was wollen wir damit erreichen? Da, dass sich die Jugendlichen mit der Website auseinandersetzen oder mit den Seiten befassen, wollen wir eben, dass sich ihr Gesundheitsverhalten und das Wohlbefinden positiv beeinflusst und eben aber auch risikoreiches Verhalten oder Suchtmittelkonsum vorzubeugen und eben, dass sie das eigene Verhalten ein bisschen reflektieren, kritisches Denken vielleicht auch ein bisschen, also anfangen, Sachen kritisch zu hinterfragen und eben dann gesunde Entscheidungen für sich selber zu treffen. Was, wer steht jetzt hinter viel okay? Es ist entstanden, ist es 1999 in der Schweiz an der Züricher Uni am Institut für Sozialmedizin. 2004 ist es dann in Österreich implementiert worden und seit 2010 ist es eben auch in Deutschland, wo sich eben Baden-Württembergerischer Landesverband als Kooperationsstelle angeboten hat. In Österreich ist es eben so, dass sich StyroVitalis sozusagen um viel okay kümmert, hauptsächlich. Also wir koordinieren das bei StyroVitalis. Dann gibt es acht Implementierungspartnerinnen, das sind aus den jeweiligen Bundesländern immer ein Bundeslandspartner oder eine Bundeslandspartnerin, die eben dafür sorgen, dass eben viel okay beworben wird, das immer wieder ein bisschen erwähnen. Und dann haben wir auch noch Patronats- und Vernetzungspartnerinnen, die eben für die Qualität, die Aktualität und die zielgruppengerechte Kommunikation verantwortlich sind. Also wie ich vorher schon gesagt habe, das ist eben der Vorteil bei viel okay, dass die Texte von den Fachexpertinnen und Experten verfasst worden sind und nicht nur alle von uns. Die Partner kann man natürlich nachschauen auf www.viel-okay.at slash infos-netzwerk, falls das wen interessiert. Aber ich habe eh kurz zusammengefasst, eben die Implementierungspartner ist immer jeweils meistens aus der Bundeshauptstadt sozusagen eine Suchtpräventionsstelle oder Landesstelle, die eben unsere Ansprechpartner in den anderen Bundesländern sind. Und da ist ein Teil der inhaltlichen Partner, also der Patronatspartnerinnen angeführt, angeführt, wie man ihn sieht, zum Beispiel Web-Profil von Logo, Sexualität und Liebe, das Frauengesennheitszentrum, aber auch AIDS-Hilfe, Kratz. Also da haben wir wirklich die verschiedensten Partnerinnen, die uns dabei helfen, die Texte aktualisiert, also so aktualisiert wie möglich zu halten und eben auch wissenschaftlich fundierte Texte zur Verfügung stellen. Wie wird Viel-Okay genutzt? Also ich habe das jetzt einen kleinen Vergleich gemacht, weil es ist in den letzten Jahren, ist der Zugriff auf Viel-Okay immer kontinuierlich gestiegen. Wie man das sieht, die Besuche 2015 sind auf 43.424 Zugriffe gewesen im Jahr und 2020 waren schon 277.000. Man muss auch sagen, 2019 war das beste Jahr bis jetzt, weil da haben wir über 300.000 Zugriffe gehabt, also da waren wir wirklich auf einem guten Weg. Nur leider hat dann eben Google seinen Algorithmus wieder umgestellt und somit sind wir wieder gesunken, aber wir versuchen eben das Beste, damit immer mehr Leute Viel-Okay kennen. So, jetzt kommen wir eh schon zur Website selbst. Sie ist übersichtlich und eben aktuell gestaltet. Wenn es euch recht ist, würde ich einfach jetzt schon auf die Website umschalten, damit wir einfach zusammen durchscolen können. Weil ich finde, das ist einfach leichter als auf den Folien. Da sieht man eben die Website. Es gibt drei Kategorien, Jugendliche, Lehrpersonen, Multiplikatorinnen und Eltern. In der Mitte sind immer so die neuesten oder die beliebtesten Themen auf Einblick, so eine kleine Werbung eben. Dann sieht man da schon die Kategorien Job und Freizeit, Genuss und Sucht, Konflikt und Krise, Körper und Psyche, Zukunft und Gesellschaft. Wo eben die 19 Themen, die wir zur Verfügung stellen, eben untergegliedert sind. Falls jemand jetzt nicht da suchen will, sondern ganz genau weiß, was er wissen will, kann er eben da oben auch suchen. Dann haben wir sozusagen noch Beratung und Hilfe. Findet man auch unter Hilfe. Ich sollte jetzt langsam laden. Genau. Das ist eben, ich rede einfach mal weiter. Da findet man einfach Beratungsstellen in der Nähe. Also zu allen Themen, die wir sozusagen auf Ziel-OK anbieten, sind Beratungsstellen gesammelt in jedem Bundesland. Also es ist wirklich österreichweit. Man kann die Zielgruppe einstellen. Also man muss kein Jugendlicher sein, Probleme. Es haben ganz genau so Lehrpersonen, Multiplikatorinnen und Eltern Probleme, wo sie Hilfe brauchen. Auch die finden die richtigen Beratungsstellen für ihr Problem auf der Seite. Dann gibt es nicht nur Beratungen, sondern man kann zum Beispiel auch schauen, welche Projekte gibt es. Wenn ich jetzt Lust auf ein Projekt habe, könnte ich mir zum Beispiel auch ein Projekt aussuchen, wo ich eben dann mitmachen kann. Dann die letzte Kategorie Video und Games ist eben sozusagen eine kleine Übersicht. Darauf komme ich dann eh später zu sprechen, was man mit den Jugendlichen machen kann. Falls jetzt fast mal ein freies Suchen mit den Jugendlichen macht, dann müssen sie sich auch nicht durch alle Themen irgendwie durchklicken, sondern sie können einfach Spiele und Tests, Spiele, Videogames und Games aufrufen, wo man dann eben einfach, das wird jetzt leider langsam, aber wo man einfach alle Videos auf Einblick findet, wo man alle Tests auf Einblick findet, also zu welcher Kategorie was angeboten wird. Das eben, falls nur Texte für die Personen, mit denen ihr das macht, nicht so interessant sind, da sieht man einfach alles auf einem Blick, wo man was spielen kann oder interaktive Sachen angeboten werden. Dann, wie ich vorher schon gesagt habe, gibt es eben auch für Eltern was. Das ist eben, da geht es eben eher darum, dass man die Stärkung der Gesundheit im Familienalltag irgendwie unterstützen kann, aber eben auch gesunde Tipps zur Bewältigung von Herausforderungen in der Pubertät von den Kindern, aber auch Hilfestellung bei psychischen Belastungen und Erkrankungen zur Verfügung stellt oder eben einfach Empfehlungen rund ums Thema Online-Sucht und Online-Welt irgendwie bereitstellt. So, das wäre mal so grundsätzlich, weil es eben heute um Lehrpersonen und Multiplikatorinnen geht, würde ich da später drauf zu sprechen kommen, weil das machen wir ein bisschen genauer als jetzt die Seite. Deswegen, wenn ihr bereit wärt, würde ich jetzt einfach schon auf Mentimeter umschalten. Also ihr müsst jetzt einfach www.mentimeter.com aufrufen. Kann man am Laptop oder am Handy machen. Sollte normalerweise ganz leicht gehen. Ich mache auch gleich mit. Dort einfach den Code 9, 3 mal die 6, 4, 2, 4, 7 eingeben. Also ganz oben ist eben das Kastel, wo man da steht, Code eingeben. So. Und dann öffne ich einmal das Quiz. Ich sehe schon, vier Leute sind schon dabei. Ich warte noch kurz, bis alle soweit sind. Es kommen immer mehr, deswegen warte ich jetzt einfach noch ein bisschen und sage mal ein bisschen was zum Quiz. Also einerseits ist eine kleine Überprüfung, wie gut ihr mir zugehört habt. Und dann ist es aber so, dass ihr sozusagen die Feel-OK-Icons sehen werdet und einfach dann sozusagen einen Pin auf das Feld setzen können, wo das abgefragte Thema behandelt wird. Genau, es kommen immer mehr dazu. Ihr müsst natürlich nicht mitmachen, wenn ihr keine Lust habt. Ihr könnt es auch einfach bei mir da mitschauen. Ich habe eh noch immer den Bildschirm geteilt. Also wer keine Lust hat, irgendwie umzuschalten oder selbst mitzumachen, der muss das natürlich nicht tun. Weil ich werde es ja dann eh auflösen. So. Ganz kurz warte ich noch, weil immer noch mehr Leute dazukommen. Wenn ich jetzt was für euch drücke, kann ich mir eh nicht blamieren, oder? Magdalena? Das ist anonym, oder? Genau, man sieht die Namen nicht. Genau, also ganz egal. Man sieht keine Namen. Ich weiß nicht, wer was gedrückt hat. Es ist auch nicht nachvollziehbar. Also keine Angst beim Mitmachen. Habe ich auch schon mit Jugendlichen gemacht. Die haben das lustig gefunden. Deswegen habe ich mir gedacht, kann es für uns auch nicht schaden. So, dann würde ich jetzt starten. So, mit der ersten Frage. Wie viele Themen gibt es auf vielok.ad für Jugendliche? So, da kann man ganz schnell die antworten. So, nachdem wir jetzt alle Antworten haben, fassen wir doch nicht. So, wie schon gesagt, die Mitte ist immer ein guter Tipp, auch bei Multiple Choice. Fragen, und es sind 19 Themen, die wir behandeln auf vielok.ad. Dann weiter zur nächsten. Das ist jetzt eben das mit der Landkarte. Deswegen hätte es auch praktisch, wenn man vielok.ad aufgerufen hat, weil da kann man jetzt dann einfach kurz die Seite durchstöbern und schauen, wo man das österreichische Gesundheitssystem unter diesen Rubriken findet. hat. Man kann natürlich auch raten, Manchmal kann es natürlich sein, wenn man mit dem Suchbegriff arbeitet, dass einem mehr Artikel zur Verfügung stehen oder am vorgeschlagen werden, weil es auch manchmal einfach Verlinkungen gibt oder einfach das Thema auch öfters behandelt wird. Das heißt ja nicht, dass immer nur ein Thema unter einer Kategorie behandelt werden muss. Manchmal überschneiden sie sich natürlich auch. Ich habe natürlich jetzt versucht, für das Quiz was zu suchen, was eigentlich nur unter einer Kategorie behandelt wird. Ich kann natürlich auch was übersehen haben. Aber grundsätzlich... Ich weiß leider nicht genau, wie ich da was auswählen kann. Kann mir da vielleicht kurz helfen? Einfach auftippen normalerweise. Aha. Ah, jetzt geht es, ja. Danke. Also da kann man mit dem Punkt herumfahren und dann auf das richtige Icon setzen. Und dann auf Absenden gehen. So, wie man so die Punkte sieht. Die meisten Punkte gibt es bei Gesundheit. Deswegen werden wir da kurz reinschauen. Das stimmt nämlich. Gesundheit ist ein relativ neueres Thema bei philok.at. Es geht eben darum einfach, auch um, was hält mich gesund. Gesundheitsinformationen. Was kann man, wem kann man vertrauen? Wo sollte man eher nochmal genauer hinschauen? Und das hinterfragen. Auch das österreichische Gesundheitssystem wird eben thematisiert. Weil das eben auch viel noch nicht ganz bewusst ist, wie es funktioniert bei uns. Beziehungsweise eben auch, wenn man nur sagt, viele Behandlungen sind einfach gratis. Was ja so eigentlich nicht stimmt. Da wird eben da aufgeklärt. Beziehungsweise auch, wie viel es Ärzte oder Ärztearten, sage ich jetzt einmal, es in Österreich gibt. Weil da haben wir ja auch Privatärzte, Kassenärzte, die Spitalsärzte. Das ist immer, da sind einige eben verschiedene, wenn man das so sehen will. Auch Tipps fürs Arztgespräch. Man weiß ja nie, darf man da jetzt nachfragen, beim Arzt oder bei der Ärztin. Oder muss ich einfach so tun. Viele haben einfach Angst, dass sie nachfragen, weil sie nicht als dumm erscheinen wollen. Aber eben auch Medikamente werden behandelt. Was einfach wichtig ist beim Medikamentenkonsum und was man beachten sollte. So. Auf zur nächsten Frage. Kann man natürlich auch wieder ableiten. Aber man soll ja die Seite ein bisschen kennenlernen. Kann man ein bisschen herumscrollen und suchen. Genau. Das zeigt sich eh schon. Ein ganz klarer Favorit sozusagen. Und das stimmt eben auch. Bei Sex und Liebe. Sexualität und Liebe ist eben ein ziemlich großer Bereich bei vielen. Was wird denn eigentlich am meisten geklickt bei euch? Die Frage kommt noch. Ah, okay. Ich werde das beantworten. Das ist nämlich ganz interessant, finde ich. Gehen wir dann einfach weiter zur nächsten Frage, damit wir dann schneller zu der Frage kommen. Wo finde ich Informationen zum DJ-Effekt? Da muss man jetzt ein bisschen mehr suchen. Oder auch nicht. Man weiß es nicht. Kein Stress beim Suchen. Jeder braucht seine Zeit. Man soll ja auch ein bisschen was rundherum lesen. DJ-Effekt ist mein persönliches Lieblingsthema, weil das habe ich vor viel okay noch nie gehört gehabt und noch nicht gewusst, was es ist. Also man kann auch als erwachsene Person, sage ich jetzt einmal, noch bei den Jugendthemen was lernen. Wir machen auch die Spiele immer wieder Spaß. Also wir haben ganz viele verschiedene Spiele. Kurz warte ich noch. Genau. Das wird die meisten eh schon richtig getippt haben. Das ist bei Lärm. Ich weiß nicht, ob es euch interessiert, aber ich sage es euch jetzt einfach einmal. Der DJ-Effekt ist eben das, wenn man im Club ist, ist ja die Musik so laut und die Sinneszellen im Ohr werden immer müde natürlich und dadurch hört man ja auch immer schlechter. Das ist ja auch ein gewisser Schutz. Aber der DJ fährt sozusagen die Lautstärke im Laufe des Abends immer weiter rauf, damit wir eigentlich immer das Gefühl haben, wir hören immer gleich gut. Und das ist sozusagen der DJ-Effekt. So, zur nächsten Frage. Wo finde ich Infos zu verschiedenen Ernährungsformen und Unverträglichkeiten? Das ist eben ein ganz neues Gebiet oder neuer Artikel auf philokil.de seit letztem Jahr. Ich gehe dann wohl suchen können. Ich will da nicht die ganze Zeit reinquatschen. Aber natürlich Ich will da nicht die ganze Zeit reinquatschen. Sehr gut. So, wie man da schon wieder sieht, ich will jetzt keinem vorgreifen, aber eben bei Ernährung findet man ganz aktuelle Ernährungsformen und zum Unverträglichkeiten aber Infos. Dann eben auch ein wichtiges Thema, weil auch Jugendliche haben Rechte. Das muss man nämlich auch. Das wissen nämlich auch oft viele nicht. Dass es eben auch die Jugendrechte gibt. Ich habe hier schon ein bisschen vorgequasselt. Genau, ein paar suchen noch. Genau. Die meisten haben eh schon richtig getippt. Genau, das sind die Jugendrechte. Wie gesagt, ganz wichtiges Thema auch für Jugendliche. So, jetzt haben wir die Frage, wie beliebt sind diese Themen bei Jugendlichen? Also, das sind sozusagen die vier häufigsten angeklickten Themen im Jahr 2020. Auch viel okay. Aber auch in den letzten Jahren eigentlich schon. Und ihr solltet sagen, welche, welche eure, also wie, wie man sie reihen kann, eurer Meinung nach. Ein heißes Battle auf Platz drei und vier. Die letzten werden die ersten sein. Vor ein paar Stimmen warte ich noch. So. Jetzt sollten wir da alle abgestimmt haben, die Teilnehmern. Und es ist nämlich so, wie ihr schon richtig geraten habt. mit Abstand am häufigsten aufgerufen wird das Thema Sexualität, Beziehung, Identität. Da ist ja beliebtes Sex Weekend, die Videos, die wir immer auf der Homepage haben. Dann kommt Cannabis, dann Tabak und Rauchen und dann Alkohol. Also im Vergleich, ich habe jetzt leider keine Prozentzahl, aber Sexualität hat zum Beispiel fast 90.000 Aufrufe, Cannabis 68.000, Tabak 22.000 Aufrufe und Alkohol 20.000. Also man sieht schon, da ist schon eine große Spannweite zwischen den Themen bei den Jugendlichen. So, dann würde ich sagen, gehen wir zurück. Nein, Entschuldigung, eine Frage habe ich noch. Damit man die Eltern nicht übergehen, weil die sind ja auch ein Teil von Philop hier. Genau. Eine Person schaut noch wieder nach. Passt. Ja. Ganz große Kategorie psychische Störungen beim Kind, beim Partner oder der Partnerin oder bei sich selber findet man Informationen. Dann die letzte Frage. Eltern finden auf philok.de Tipps beim Umgang bei Pornokonsum ihres Kindes ihres Kindes ihres Kindes Option 3 gehört natürlich nicht dazu. Das muss ein Fehler sein. Das ist die Kategorie dann weiß ich nicht sozusagen. Und die meisten haben schon wieder abgestimmt für wahr, aber es ist eben falsch. Ist nämlich keine Kategorien noch, aber Logo verfasst er gerade zusammen mit dem steifischen Verein für Männer und Geschlechter Themen für das Projekt Förderung der Pornokompetenzen von Jugendlichen, einen Gesprächsleitfahren für Eltern, um eben mit den mit ihren Kindern oder mit einfach allgemein jungen Menschen gelingendes Gespräch um am kompetenten Umgang mit Pornografie im Internet gelingen kann. Also eben da verfassen sie gerade ein Leitfahren und den werden wir natürlich dann auch bei viel okay darstellen oder bereitstellen. Also das wird bald einmal passieren, habe ich schon gehört. Da sind wir auch dran und das wird sozusagen die neue Kategorie bei viel okay bei Eltern oder Umgang mit Pornokonsum bei Kindern. So, dann schalte ich jetzt wieder um auf die Powerpoint und wir kommen jetzt eben zu den Multiplikatorinnen beziehungsweise Lehrpersonen. Was gibt es da? Eben Tipps zur Stärkung der eigenen Gesundheit im Arbeitsalltag mit Jugendlichen. Es gibt ein Handbuch zum Einsatz von viel okay mit Jugendlichen und eben über 90 Arbeitsblätter zu den 19 Themen, die auf viel okay zur Verfügung stehen. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt auf die Powerpoint geschalten habe, weil das schauen wir uns gleich wieder an. Mal bei Lehrpersonen rein. Da sieht man schon oben die Angebote, die wir eben für Multiplikatorinnen und Lehrpersonen haben. Da bei Pädagoginnen in Gesundheit findet man eben die Tipps zur Stärkung der Gesundheit im Arbeitsalltag, Klassenmanagement, Stressmanagement und ein paar Themen, die behandelt werden. Dann gehen wir zu den Arbeitsblättern. Wie gesagt, es sind 90 Arbeitsblätter, die zur Verfügung stehen zu den Themen, die auf viel okay behandelt werden. In der Klammer sieht man immer, wie viele Arbeitsblätter zur Verfügung stehen. Es werden immer Wissensfragen gestellt, Reflexionsarbeiten, es gibt Einzelarbeiten oder Gruppenarbeiten, manchmal sind auch Rollenspiele dabei, damit sich die Jugendlichen in andere Rollen einfinden können oder eben auch Übungen. Die Arbeitsblätter, ich gehe da jetzt einfach mal auf Alkohol, gibt es als Word oder PDF-Datei, das heißt, falls man selbst noch irgendwie eine Idee hat, was man behandeln will bei dem Thema oder einfach noch einen Arbeitsauftrag dazuschreiben will, kann man sich einfach das Word runterladen und das dann ergänzen. oder wenn man das eben nicht braucht, kann man auch einfach die PDF-Variante nehmen. Dann, wie ich vorher schon gesagt habe, gibt es ein Handbuch über die Anwendung von Feel okay, das würde ich empfehlen, weil das sind einfach einerseits wie man eben diese Arbeitsblätter mit den Jugendlichen arbeiten kann, also man muss ja nicht immer die Arbeitsblätter austeilen, man kann ja auch mal sagen, die Jugendlichen sollen sich selbst ein Thema suchen, dazu können sie einfach eben zu Video und Games gehen und sich dort einfach eine Kategorie Sympathisches aussuchen und dazu macht man einfach das Arbeitsblatt oder eben auch was macht eben gleich die Arbeitsblätter das natürlich eben selbst überlassen aber da findet man natürlich auch die geeigneten Methoden wie zum Beispiel eine Schnupper Methode oder eben auch die Arbeit mit Bildern also was lösen Bilder in einem aus solche Methoden sind dann gut beschrieben dass man einfach gut mit den Jugendlichen arbeiten kann gibt es natürlich auch als Word Dokument oder als PDF je nachdem die Arbeitsblätter sind natürlich mit PhilOK verknüpft das heißt alle Fragen und Wissensfragen vor allem finden sich natürlich auf PhilOK da muss man nicht noch andere Seiten aufrufen und da wieder die Richtigkeit in Frage stellen sondern man kann sie nämlich auf die Informationen von PhilOK verlassen wenn man eine Präsentation halten will gibt es auch auf PhilOK eine fertige Präsentation zu PhilOK man kann auch ein Plakat bestellen oder eben ein paar Folder für Jugendliche für Pädagoginnen und Pädagogen und für Eltern einfach so als Werbematerial kann man das aufhängen oder ausgehen dann ganz neu auf PhilOK was in der Beschreibung schon gestanden ist was ist GET dazu will ich nur kurz wieder auf die Powerpoint schalten GET bedeutet eben gesunde Entscheidungen treffen GET gibt es schon für die Volksschule also da gibt es schon GET Materialien eben weil man damit erreichen will dass durch die Arbeit mit GET Jugendliche oder auch Kinder Lernern gesundheitsbezogene Informationen zu finden zu verstehen zu bewerten und anzuwenden also einfach gesagt um wieder die Gesundheitskompetenz der Kinder und Jugendlichen zu stärken gibt es eben diese GET Materialien in der Volksschule gibt es sechs Themen Volksschule deshalb weil je früher man anfängt umso mehr lernt man beziehungsweise leichter lernt man manchmal sogar bei viel okay also bei GET für die Sekundarstufe sozusagen werden zehn Themen behandelt die zehn Themen wiederum bestehen aus verschiedenen Modulen und diese Module stehen sozusagen Stundenbilder da also das ist für A Unterrichtseinheit ist es eben ein Stundenbild und behandelt werden diese Module sozusagen durch Fallbeispiele und Reflexionsrunden das notwendige Wissen für die Pädagoginnen und Pädagogen aber eben auch für die Jugendlichen finden sich wieder auf viel okay sieht man dann eben da bei GET es geht darum dass man eben auch wieder sich nicht selber was zusammensuchen muss sondern man kann eben einfach Thema auswählen was man behandeln will und hat sozusagen schon wieder eine Einheit für Jugendliche also es muss nicht immer der Unterricht sein wir sagen zwar immer Unterrichtseinheiten aber es kann ganz normal auch in einem Projekt verwendet werden in einer Projektwoche oder eben wenn Jugendliche kommen und man nicht so richtig weiß was man heute machen soll weil vielleicht war irgendwas draußen geplant jetzt ist schlechtes Wetter kann man einfach ganz spontan eben die Sachen runterladen Ausdruck und mit den Jugendlichen behandeln die GET Themen also diese Unterrichtsmaterialien oder GET Materialien sind eben alle gleich aufgebaut also alle Themen sind gleich aufgebaut es ist jede Thema hat eine Philosophie Seite dabei Philosophieren ist einfach ganz wichtig weil das eben um Thema zu eröffnen damit man Kinder und Jugendliche anregt über ein Thema nachzudenken wichtig beim Philosophieren ist es natürlich keine wertende Fragen zu stellen es sind auch keine Wissens Fragen man will kein Wissen abprüfen sondern es geht einfach darum ein Gespräch zu eröffnen jede Meinung zählt wenn man dann lernt man auch begründen nachzudenken und es soll einfach ein Austausch passieren wenn ich zum Beispiel Philosophie über Ernährung einfach kurz anschaue es sind auch alle Seiten sozusagen Philosophie Seiten gleich aufgebaut geht grundsätzlich darum warum philosophieren das ist nochmal so kurze Beschreibung warum das wichtig ist dann das Ziel was man damit erreichen will und dann gibt es zu jedem Thema Impuls Fragen die uns helfen sollen das Thema mit den Kindern oder Jugendlichen zu eröffnen nachdem das ja Austausch sein soll also nicht nur immer Frage Antwort Frage Antwort gibt es auch Fragen wie man nachfragen kann und natürlich alles wertfrei muss kurz einen Schluck trinken Entschuldigung wenn wir so schauen schauen wir uns auch kurz ein Stunden Bild an wie gesagt vorher es ist alles gleich aufgebaut da sieht man eben Thema Ernährung Modul Lebensmittel Kennzeichnungen also es hat natürlich jedes Thema gleich viele Module da unterscheiden sie sich schon aber prinzipiell das Schema dieser Seiten ist nämlich Modul Namen dann die Ziele wieder was will man mit dieser Übung sozusagen erreichen dann ganz wichtig ist Wissen für Pädagogenen kurz und knackig dargestellt also da kann man sich einfach einlesen in das Thema um eventuelle Fragen schon beantworten zu können es sind Links dabei damit man sich einfach mehr einlesen will wer mag also es muss man die grundlegenden Informationen sind natürlich da zu finden aber wie gesagt wer sich mehr einlesen will kann das gerne machen das sind die Links dazu dann sind natürlich auch Quellen wo man nachlesen kann beziehungsweise woher wir die Informationen gehabt haben für die Erstellung dieser Materialien und dann sind immer zwei Fallbeispiele also einmal für Schülerinnen der Unterstufe beziehungsweise einmal für Schülerinnen der Oberstufe die man behandeln kann dann gibt es immer Reflexions Fragen die man natürlich immer wieder einbauen kann man kann auch damit das Thema eröffnen mit Reflexions Fragen also das natürlich dann jedem selbst überlassen wie er sie einsetzt und das spezielle angeht sie sind wieder mit den Arbeitsblättern von Philok verknüpft und dann ist meistens in der Diskussion dann gibt es natürlich noch die Vertiefungsübung also wenn man einfach man kann es als Aufgabe geben wenn man einfach merkt die Schüler und Schülerinnen sind offen dafür dann könnte man das als Haus übung geben man kann aber auch wenn man merkt man hat noch ein bisschen Zeit die Schüler sind noch konzentriert wir könnten noch was bearbeiten kann man natürlich diese Vertiefungsübung auch angeben oder eben wenn man sagt man will noch weitermachen wenn auch die Vertiefungsübung nicht ausreicht dann gibt es natürlich auch weitere Materialien Informationen zum Thema wo man natürlich auch was mit den Schüler und Schülerinnen machen kann und so schaut einfach jedes Stundenbild aus sozusagen immer der gleiche Aufbau immer zuerst das Modul die Ziele dann das Wissen für die Pädagoginnen damit man sich einfach nicht selbst die Informationen zusammensuchen muss dann die Fallbeispiele die Reflexionsfragen und dann der Verweis zu den Arbeitsblättern weil es sich einfach immer anbietet die beiden Sachen zu verknüpfen der Link sozusagen zu den GED Materialen findet man natürlich dann auch viel okay unter der Rubrik die ich eh schon vorher gezeigt habe ja noch eine falls fünf Minuten Zeit hat euch bei GED durch zu schauen hätte ich noch eine Frage auf Mentimeter für euch vorbereitet nämlich dass ihr oder die Bitte kurz die GED Materialien alle durch schnuppert euch die Themen durchschaut die Übungen vielleicht kurz durchschaut und einfach eure Meinung kurz dazu abgibt ich sehe natürlich nicht wer das geschrieben hat also es ist anonym wie vorher schon gesagt und da würde ich euch jetzt einfach kurz bitten die GED Materialien kurz durchzuschauen ich würde da mal das Bildschirm beenden damit ich euch wieder alle bis ich sehe oder auch nicht wenn man die Kamera ausgeschlagen hat natürlich anderes aber ihr seht mich vielleicht wieder ein bisschen größer weiß nicht ist auch nicht so viel mit wieder inzentriert lesen kannst. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das freut mich sehr. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke für die ganzen Rückmeldungen. Danke auch für das gut erklärt. Das freut mich. Ich bin immer ein bisschen unsicher, weil man selbst hat ja so ein klares Bild im Kopf, dass man das vermitteln kann. Ich warte noch ganz kurz, falls noch jemand tippt. Ich teile dann kurz wieder mein Bildschirm, falls Personen, die nicht mitmachen, sehen, welche Rückmeldungen gekommen sind. So, da sind wir schön bunt gestaltet. Das ist anscheinend sehr hilfreich, umfangreich ist es, das stimmt. Und da sieht man, ich sage mal, danke für die ganzen tollen Rückmeldungen. und danke für die Aufmerksamkeit. Und danke für die Aufmerksamkeit. Ja, ich glaube, danke, Magdalena. Danke sehr. Letzte Folie hat leider gesteckt, war noch ein vielen Dank von mir im Bund, aber soll nicht sein. Deswegen so, vielen Dank nochmal an alle fürs Zuhören, fürs Mitmachen, für die Rückmeldungen. Freut mich sehr. Jetzt habe ich eine Frage, gibt es Fragen von euch an die Magdalena? Wenn es Fragen gibt, dann bitte rein in den Chat oder ihr einfach entmutet euch und fragt direkt bei der Magdalena nach. Danke sehr. Also wie gesagt, das habe ich vorhin nicht gesagt, falls man sich immer Plakat oder Folder bestellen will, die kriegt man kostenlos. Also, falls man sich irgendwo auflegen will, kann man alles kostenlos bei uns bestellen. Dazu blende ich vielleicht kurz nochmal unsere Kontakte ein, vielleicht noch praktisch ganz kurz. Ganz kurz nur. Natalie Haas ist eben die Kollegin, die Koordinatorin sozusagen von Philoky. Und ich darf mitarbeiten. Und bin jederzeit telefonisch oder per Mail erreichbar. Kann man sich jederzeit gerne melden. Wir freuen uns. Ja, du kriegst jetzt immer schon Rückmeldungen per Chat, dass du es toll gemacht hast. Und das ist super wahr. Danke, herzlichen Dank. Ich finde auch, die Stunde war sehr informativ. Du hast es super kompakt zusammengefasst. Also, super Überblick für uns. Danke, herzlichen Dank. Sehr gerne. Ich bedanke mich wie gesagt im Namen vom Logo und werde die Aufnahme nun beenden.